Musik Bei den Vorsprüngen nehme ich jetzt die Arme als Schwung mit dazu. Das heißt, ich gehe in die Hocke, die Arme holen nach hinten Schwung und beim nach vorne gehen springe ich ab und mache einen Gewalt und lande auf den Füßen. Schwung holen, nach vorne gehen, springe ich ab.